Das 14-jährige Ich sollte auf die Eltern hören, aber nicht zu viel. Eigentlich genau in dem Maße, wie ich es gemacht habe. Keine Angst zu haben, nach wie vor. Fehler zu machen und trotzdem zu wissen, dass morgen die Sonne aufgeht. Alles ist gut. Mein Name ist Gazale Koyestanian, das heißt Gazelle. Ich bin Founderin von Read2YouTheNewWeb. Das Coolste an meinem Job ist, dass ich feststelle, dass zum ersten Mal als Startup, als Frau vor allem, es viel Platz gibt. Ich glaube, Männer in unserem Job, vor allem als Technik-Startup, gibt es super viele. Ich war jetzt sehr oft in den Staaten, ich war sehr oft in europäischen Messen usw. Man sieht Frauen meistens auf diesem Event Kaffee servieren oder so. Wenige Founderinnen sind dort mit einem Produkt, was sozusagen Beachtung findet. Ich habe das einmalige, unglaubliche Geschenk, dass ich anscheinend den Finger in die Wunde legen durfte. Das ist schon mal eins. Und dann noch, ich trage gerne High Heels, ich bin auch gerne eine Frau. Und es gibt so dieses Klischee unter diesen ganzen Tech-Menschen, die glauben, Frauen, die sich mit Tech beschäftigen und vielleicht auch tageslichttauglich sind, dass sie nicht intelligent sind. Das heißt also, man schafft für Überraschungen. Und das ist immer wieder interessant. Und das macht Spaß. Manche würden sagen, es wäre stressig, wenn man einen Job hat, der nie aufhört. Weil es geht immer weiter und man will ja immer weiter. Also dementsprechend könnte es für manche purer Stress sein, nicht zu wissen, was morgen ist. Auf der anderen Seite ruht man in sich selbst, wenn man weiß, man ist eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber das muss man sich selber geben. Das kann nicht jemand geben. Es ist zwar ein Geschenk. Also die Einschränkung, es ist ein langstundiger Job. Man arbeitet ungeschriebene Stunden. Wie gesagt, es fängt an, wenn man die Augen aufmacht und es hört auf, wenn man nicht mehr kann. Und dann macht man wieder weiter. Wir arbeiten in zwei Zeitzonen, weil die Firma sowohl in Deutschland ist, als auch in den Staaten. Das heißt also, wenn die einen hier schlafen gehen, wachen die anderen auf. Das bedeutet, ich schlafe eigentlich seit vier Jahren um den Dreh zwischen sechs bis acht Stunden. Das ist so mein normales. Manchmal auch nur vier Stunden. Das Ganze überlebe ich eigentlich mit guten Leuten. Normalerweise für einen bezahlten Job würde ich das nicht schaffen. Meine Firma beschäftigt sich mit dem Projekt, dass wir eigentlich glauben, dass das Internet eine freie Welt ist. Aber das Internet ist ein Raum neben dem anderen. Und das Einzige, was diese Räume eigentlich am Leben oder am Laufen hält, ist der User. Das bedeutet, jedes Unternehmen, was mittlerweile in einem sehr großen Raum sich einen Einzelraum geschaffen hat, Google, Facebook etc., ernährt sich eigentlich vom User. Wir glauben an ein Internet, wo der User sozusagen mit seinem Content, also mit den Inhalten, mit allem, was ihn beschäftigt, wo er im Zentrum steht. Und alles, was drumherum ist als Service, das ist, was dem User eigentlich zur Verfügung stehen soll. Nun, wir arbeiten an einem Konzept, wo wir vernetzt sein können, ohne uns selbst zu verlieren. Das bedeutet, wir haben mehrere Devices, das ist OS-unabhängig. Ein Android kann zum ersten Mal mit einem iOS reden. Ich kann einfach ein Video nehmen von meinem Android, in mein Auto schmeißen, ohne es Up- und Down zu loaden. Das Ganze nennt sich Cloud-OS. Alles läuft über die Cloud. Der Browser ist in der Cloud. Und das ist eine neue Technologie, die patentiert ist. Ein typischer Tag für dieses Team, wo ich der Kopf davon bin, ist, dass wir eigentlich verschiedene Aufgaben haben. Also, wir haben in Amsterdam gerade gelauncht. Unser Produkt ist eigentlich in der Close Beta da. Wir unterhalten uns gerade mit den Interessenten an diesem Produkt. Es gibt gerade Investoren, die sich für uns interessieren. Es gibt natürlich auch rechtliche Seiten, die wir natürlich abklären. Sprich, nicht zu dem, was wir hergestellt haben, sondern zu den Menschen, die sich, sagen wir mal, die eine tolle Idee finden oder sehen und die gerne auch mal daran teilhaben, aber nicht fragen. Das bedeutet, wir sind eigentlich mit der Finanzierung beschäftigt, mit dem Vertrieb, mit den Partnern, die international mit uns zusammen sind. Wir erstellen gerade für Samsung Innovations eine Adaption dieser Software auf deren Smart Adaptable Devices. So sieht unser Tag aus. Wir überlegen uns kreative Ideen, wie bestehende Markt Teilnehmer sozusagen ihren Job besser machen können. Ich telefoniere viel, ich schreibe viele E-Mails. Ich arbeite kreativ an Konzepten. Also sprich, ob es ein Trailer ist, was man hier zum Beispiel hier hinten sieht. Ob wir jetzt irgendwie unsere nächste Woche planen, aber auch Reisen. Morgen sind wir bei einer Veranstaltung, wo Investoren, also auch Internationale hier sind. Mein Werdegang hat mit der Einreise nach Deutschland, ab meinem achten Lebensjahr begonnen. Ich habe meinen Werdegang in Hessen bis zu meinem Abitur gemacht. Nachdem ich mein Abitur in Hessen beendet hatte, habe ich mich entschlossen Marketing Master. Ich habe verstanden, dass Kommunikation und Absatz von Produkten sehr viel mit Ansprache bzw. Zielgruppendefinition zu tun haben. Also habe ich natürlich einen Konsumbereich mir ausgesucht und bin in Fashion reingegangen. Also eigentlich gar nichts mit Online, gar nichts. Ich habe keine Informatik studiert, gar nichts. Danach bin ich immer mehr in diese Online-Richtung gegangen und habe mich spezialisiert im Verstehen, wie 1 zu 1 zu 2 wird. Und das Ganze natürlich kann man viel besser mit Technik. Also als letztes war ich dann KMU bzw. Small & Medium Business Beraterin bei Google Family in Berlin und Zürich gewesen. Und dann bin ich nach Italien. Dann war ich in London, dann war ich in Österreich. Die Jobs, die mich die letzten Jahre begleitet haben, waren von L'Oréal Paris über McCann Ericsson, Google, Nokia in China. Bis ich dann den Entschluss gefasst habe, Gründerin eines neuen Konzepts zu werden. Und das ist jetzt seit vier Jahren so. Ich bin mir absolut sicher. Ich glaube, dass gute Ideen eigentlich nicht unbedingt heute in dieser Welt unbedingt ein Studium brauchen. Die Leute sind so fest in ihrem Kopf zementiert, dass sie manchmal Angst haben, alleine über die Straße zu laufen. Ich glaube eigentlich, dass Veränderungen dadurch kommen, dass man wirklich etwas versteht und dass man etwas mag, was man tut und dass man keine Angst hat. Auch wenn die Welt so voller Zahlen und Nachrichten ist wie Arbeitslosigkeit, wie das schafft man nicht, das ist zu groß. Man muss eigentlich erstmal wissen, was man machen will, was man kann. Und Studium, klar, kann es helfen. Ich würde sagen, Bildung ist sehr wichtig, absolut, es kann auch helfen. Aber Brüche sind ja manchmal in einem Bild ja auch schön. Also sollte man sich immer ein Herz fassen und nicht irgendwie, ja, kleingeistig werden und sich in eine Form packen. Das ist eigentlich mein Rat.